Die Royals sind im Fußball-Fieber. Beim EM-Achtelfinale-Spiel England gegen Deutschland besuchten Prinz William, Herzogin Kate und der kleine George das Wembley-Stadion, um die englische Nationalmannschaft zu unterstützen. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account posten die Royals ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie die kleine Familie auf der Tribüne steht und dabei jubelt und Beifall klatscht. Supersüß, Prinz William und sein ältester Sohn kommen im Partner-Look. Die beiden tragen einen dunkelblauen Anzug und eine gestreifte Krawatte. Herzogin Kate entschied sich für einen roten Blazer, passend zu den Farben der englischen Nationalmannschaft. Glück gebracht zu haben, schienen die Royals der englischen Nationalmannschaft auf jeden Fall. Sie gewannen das Spiel gegen Deutschland 2 zu 0.